Hallo und viele Grüße nach Tirol. Hallo Walter. Du hast mir wieder eine Frage gestellt. Dein Computer ist ein bisschen langsam geworden. Immer wenn du eine Datei öffnen möchtest, dauert das eine gewisse Zeit. Du hast mir geschrieben, du öffnest sie hier über den Computer. Ich öffne erstmal meinen Computer. Ich mache es mal mit dem Rechtsklick und mit Links öffnen. Alternativ hätte ich ja auch die Windows-Fahne drücken können und einmal den Buchstaben E. So, und du hast geschrieben, wenn du jetzt etwas öffnen möchtest, zum Beispiel wenn ich jetzt diese PowerPoint-Präsentation öffnen wollte, klicke ich ja zweimal mit Links und schwuppdiwupp geht sie normalerweise auf. Bei dir aber nicht, alles ein bisschen zeitverzögert. Und hier in diesem Bereich wird es so grün, läuft so ein grünes Band ab bis hier hinten hin und erst wenn es ganz hinten ist, dann macht es irgendwann auf. Kann viele Gründe haben. Dein Rechner ist vielleicht in die Jahre gekommen, ein bisschen älter. Der Arbeitsspeicher reicht nicht mehr aus. Oder du möchtest ein Dokument öffnen von einem Festplattenbereich, der vielleicht riesengroß ist und die Datei ist in viele Bruchstücke aufgeteilt. Das heißt, der Computer muss sich jetzt erstmal diese Datei zusammensuchen. Das kann nämlich auch passieren. Ich gehe mal davon aus, du hast eine ganz normale HDD-Festplatte. Das sind die Festplatten, die die ganzen Jahre in die Rechner eingebaut wurden. Das sind manuelle Festplatten, die drehen sich, das sind so Scheiben, da ist ein Lesekopf dran. Die freuen sich, wenn du sie putzt, wenn du sie defragmentierst. Wenn du jetzt schon eine neuere Version hättest, eine SSD, ein SSD-Speicher, der freut sich nicht, der könnte dabei kaputt gehen. Also vorher erstmal gucken, was für eine Festplatte drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, du hast genau wie ich nicht den neuesten Rechner und dann wird da auch diese HDD, die manuelle Festplatte drin sein. Meine Festplatte habe ich übrigens in drei Bereiche unterteilt, in C, D und E. Das muss bei dir natürlich nicht so aussehen. Es kann auch sein, dass bei dir nur ein Laufwerk C angezeigt wird. So, ich mache da mal einen Rechtsklick drauf und sage Eigenschaften. Was hier jetzt schon mal ganz toll ist, hier wird so eine Torte angezeigt und anhand dieser Torte kann ich erkennen, blau ist der belegte Speicher, das pinkfarbene ist noch alles frei. Das kann man hier mit dieser Tortenversion wunderbar sehen. So, und so eine Festplatte ist so aufgebaut, dass die aus ganz, ganz vielen kleinen Speicherelementen besteht. Elemente ist Quatsch, Speichereinheiten besteht. Und wenn du eine Datei speicherst und die passt nicht in so eine Datei rein, was meistens der Fall ist, dann wird die Datei aufgeteilt. Das nennt man Fragmentieren. Der Computer macht also Bruchstücke aus dieser Datei und packt die der Reihe nach weg in die nächsten leeren Speicherbausteine. Wenn der Rechner ganz neu ist, kein Problem, alles ist leer, dann wird so eine Datei natürlich flott hintereinander weggespeichert. Eins hinter dem anderen. Wenn du jetzt aber mit dem Computer schon mehr gearbeitet hast, dann kann es ja sein, du hast schon mal Dateien gelöscht, verschoben und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt was speicherst, dann sind von vorne her gesehen, der fängt ja immer von vorne an der Festplatte an, sind vielleicht Speichereinheiten, die sind leer, danach kommt wieder ein Schwung volle. Dann kommt wieder irgendwo eine leere oder zwei leere, dann kommt wieder volle. Und dann wird deine Datei der Reihe nach in diese leeren Speicherteile eingesetzt. Da wird gespeichert. Aber die müssen jetzt ja nicht mehr der Reihe nach sein. Da kann jetzt was vorne sein, was in der Mitte und was hinten. Und dann hat das Programm natürlich auch Mühe, jetzt deine Datei beim Öffnen entsprechend wieder zusammenzusuchen. Da gibt es ein Programm, das nennt sich Defragmentieren. Das heißt, jetzt werden diese einzelnen Puzzleteile, sage ich mal, deiner Datei, aneinandergesetzt. Beim Defragmentieren werden sie gelesen, dann packt der Computer, er analysiert noch und dann packt er das der Reihe nach wieder auf diese Festplatte. Das heißt, jetzt in sortierter Reihe. Wie gesagt, bei der HDD, mach es bitte. Hast du eine SSD, dann tu es bitte nicht. So, im Register Eigenschaften von lokalen Datenträger C gibt es eine Registerkarte, die heißt Tools. Wenn du noch mit dem Betriebssystem XP arbeitest, dann heißt sie Extras. Einmal mit Links draufklicken. Und hier ist dieses Defragmentierungsprogramm. Ich gehe da mal drauf, auch mit Links. Jetzt werden hier meine Laufwerke angezeigt, die ich defragmentieren kann. Bei mir ist hier auch so ein Zeitplan aktiviert. Jeden Mittwochnacht um 1 Uhr sollte das eigentlich passieren. Da mein Rechner da aber nicht an ist, passiert natürlich nichts. Ich könnte hier natürlich auch einen anderen Zeitplan setzen. Da dieses Defragmentieren aber teilweise ganz, ganz lange dauern kann, und bitte, wenn du es noch nie gemacht hast, wundere dich nicht, es kann dann auch zwei Stunden dauern, oder vielleicht noch länger, bis das alles durchlesen ist. Dann mache ich das natürlich nicht einfach so nebenbei, weil dann hemmt es ja meinen normalen Arbeitsablauf eventuell. So, ich möchte C defragmentieren und gehe jetzt hier drauf. Und jetzt geht das nämlich los. Da steht 0% analysiert. Und jetzt zählt er weiter auf. Und danach liest er erstmal die Dateien. Und dann sortiert er. Und das kann also, wie gesagt, wirklich endlos lange dauern. Solltest du mal machen. Und dein Rechner sollte dann wahrscheinlich schneller geworden sein. Wenn nicht, es ist ja morgen Weihnachten. Vielleicht kriegst du ja 9 schnelleren. Aber ich hoffe, der alte Computer tut es noch. Bis dahin, danke, tschüss und frohe Weihnachten, Walter. Bis dahin, danke, tschüss und frohe Weihnachten. 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 Bis dahin, danke, tschüss und frohe Weihnachten.